Wir sind im zweiten Buch Mose, Kapitel 20 und in den zehn Worten. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also mir macht es viel Freude, durch die zehn Worte, die zehn Gebote zu gehen. Mich inspiriert das sehr und begeistert das. Irgendwie, wenn man sich vertieft in das Wort Gottes und gerade auch in diesem sehr zentralen Teil der Offenbarung Gottes, einfach auch Gottes Wesen und seinen Charakter darin zu sehen. Und irgendwie ist es so deutlich, dass es in diesen zehn Geboten das Zentrum des Bundesgottes mit Israel ja auch um das Herz und das Zentrum Gottes geht. Gottes Liebe. Das ist das, worum es eigentlich geht. Gottes Liebe und ja, wie wir schon gesagt haben oder gesehen haben, ist dieser Bundesschluss hier am Berg Sinai hat auch vieles von dem Charakter eines Ehebundes, eines Eheversprechens. Und neutestamentlich, durch den Heiligen Geist können wir eigentlich diesen ganzen Abschnitt so betrachten, dass Gott hier mit uns, mit seinen Menschen redet und zu ihnen sagt, ich bin dein Gott, der dich liebt. Und weil ich dich liebe, habe ich dich erlöst. Und weil ich dich liebe, wirst du keine anderen Götter haben neben mir. Du wirst ja auch kein Götterbild machen, weil du hast ja mich. Du wirst mich allein anbeten und mir dienen, mit mir leben, mit mir gehen, mit mir wandeln. Das, was ich dir gebe, kann dir ja kein anderer geben. Und dann wirst du auch meinen Namen in Ehren halten. Dann wirst du immer wieder die Sabbatruhe suchen, die Gemeinschaft mit mir. Du wirst dich genauso freuen an der Schöpfung und an all dem, was ich gemacht habe. Du wirst dich freuen daran, dass du einen Ort hast in mir, wo du alle deine Last loswerden kannst. Ja, und dann wirst du auch dein Nächsten lieben. Dann wirst du in der Beziehung zu deinen Eltern geheilt sein und wirst lieben können, egal ob etwas zurückkommt oder nicht. Du wirst das Leben, was ich geschaffen habe, achten und respektieren und fördern. Ja, und dann kommen diese anderen Gebote, die wir jetzt noch nicht betrachtet haben. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht gegen deinen Nächsten als falscher Zeuge aussagen, du sollst nicht begehren, was deinem Nächsten gehört. Die Liebe zu Gott, das ist das, worum es Gott hier geht, dass wir seine Liebe empfangen und sie zurückgeben, dass sie fließt von ihm zu uns hin und von uns zu ihm, auf dem Weg zu ihm durch unseren Nächsten hindurch. In Römer 13, Vers 9 sagt Paulus uns, dass diese Gebote, die hier aufgezählt werden und die so relativ kurz gefasst sind ab Vers 12, dass sie zusammengefasst werden können in dem einen Gebote, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die ersten, die sprechen ganz deutlich zu unserer Gottesbeziehung, die Liebe zu Gott, die Liebe zum Nächsten. Und da sprechen diese Worte die grundlegenden Lebenszusammenhänge, die wesentlichen Lebenszusammenhänge und Lebensvollzüge an. Wie bereits gesagt, in der Beziehung vom Kind zu den Eltern, das, worin wir alle hineingeboren werden, unsere erste menschliche Beziehung überhaupt. Dann geht es in dem Gebote, sollst nicht töten, um den Schutz des Lebens. Der Schutz des Lebens, angefangen vom Ungeborenen bis hin zum Sterbenden. In dem nächsten Gebot hier, du sollst nicht Ehe brechen, geht es um den Schutz der Ehe. Hier, da werden wir gleich intensiver drauf eingehen. Dann kommt, du sollst nicht stehlen, der Schutz des Eigentums. Dann nicht als falscher Zeuge aussagen, der Schutz der Wahrheit. Und dann am Ende, du sollst nicht begehren, die Reinheit des Herzens. Das sind wunderbare, ganz kurze, knappe Zusammenfassungen dessen, was wirklich wichtig ist. Und Gott möchte das alles. Es ist alles Teil seines Bundes mit dem Volk Israel. Es ist Teil seines Bundes mit uns. Es ist Teil, ja, eines Bundes, der so viel von einem Ehebund hat. Und so gehen wir jetzt in dieses Gebot hinein, in das Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Wir schauen uns dafür zuerst einmal an, was Jesus über die Ehe gesagt hat und gelehrt hat in Matthäus 19, Vers 3. Und er lehrt das Wort Gottes. Er lehrt, ja, die Worte, die Gott durch den Propheten Mose dem Volk Israel gegeben hat. Die Worte seines Vaters greift er auf, um von diesen Worten aus das Volk Israel zu lehren über die Ehe. In Matthäus 19, Vers 3 steht, und Pharisäer kamen zu ihm, versuchten ihn und sprachen, ist es einem Mann erlaubt, aus jeder beliebigen Ursache seine Frau zu entlassen? Jesus aber antwortete und sprach, habt ihr nicht gelesen, dass der, welcher sie schuf, sie von Anfang an als Mann und Frau schuf und sprach, darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und es werden die zwei ein Fleisch sein, sodass sie nicht mehr zwei sind, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Jesus zitiert hier eigentlich hauptsächlich. Er antwortet auf die Frage nach der Ehescheidung in Vers 4 damit, dass er sagt, habt ihr nicht gelesen? Geschwister, es ist oft so, dass wir keine Ahnung vom Willen Gottes haben, weil wir nicht gelesen haben. Gott hat uns sein Wort gegeben, nicht damit es im Bücherregal verstaubt, sondern damit wir es lesen. Weil es uns die wichtigsten, wertvollen Informationen gibt, die einzigen Informationen, die wir bekommen können über Gottes Willen. Wisst ihr, alle Offenbarungen, die Gott uns auch immer geben mag, sie sind nichts, wenn sie uns wegführen von dem, was geoffenbart worden ist, den Informationen, die wir bereits haben. Und manchmal sagen Leute, ja, aber die Bibel, das ist so unpersönlich. Wisst ihr, und das ist menschlicher Stolz. Nur weil ich nicht eine persönliche Offenbarung empfangen habe, weil ich es nicht gespürt habe, gehört habe, gesehen habe, ist es deswegen weniger wahr? Ist denn irgendetwas weniger wahr, nur weil ich es nicht gesehen, gehört habe? Ich habe so vieles in meinem Leben nicht gesehen, nicht gehört. Und dennoch ist es wahr. Es ist die Hybris, die Überhebung des Menschen, des menschlichen Individuums, wenn er die Wahrheit allein an seiner eigenen Erfahrung koppelt. Wisst ihr, ich bin eine Blume, ich blühe auf und vergehe wieder. Und dann gibt es diese Welt weiterhin, als ob ich niemals da gewesen wäre. Wer bin denn ich, dass ich anhand meiner Erfahrung den Wahrheitsgehalt von irgendetwas prüfen mag? Die Wahrheit liegt in dem, es steht geschrieben. Es ist geoffenbart. Das ist das, was Gott von sich aus weitergegeben hat. Jesus hat sich geoffenbart. Er hat uns den Vater gezeigt. Und das, was die Art und Weise ist, wie wir uns diese Wahrheit aneignen, ist im Glauben. Im Vertrauen. Und so funktioniert es in allen Dingen. Wisst ihr, kein einziger Mensch hat in seinem ganzen Leben alles erforscht von sich selber aus. Alles, was wir selber erforschen, hat ihre Grundlage auf dem, was wir gelernt haben, im Glauben von jemandem empfangen haben. Das ist ein völliger Irrglaube zu denken, dass wir uns irgendetwas selbst erforschen, erfassen können von der Wahrheit. Nein, wir sind immer Empfangende. Und selbst in dem, was wir erforschen, sind wir Empfangende. Gott gibt uns Kraft, Gott gibt uns Grips, Gott gibt uns Leben. Gott lässt etwas, einen Versuch gelingen. Gott lässt uns eine Erfahrung machen. Aber wirklich aneignen, Wahrheit aneignen kannst du dir nur im Vertrauen, dass du Vertrauen schenkst und glaubst. Und Jesus sagt dem Volk Israel, ihr habt dieses Wort empfangen. Dieses Wort ist weitergegeben worden, wie wir gesehen haben, von den Eltern zu den Kindern. Ihr habt es gehört. Ihr habt es empfangen, dieses Wort. Habt ihr es nicht gelesen? Da könnt ihr alle wichtigen Informationen finden, über das, wie Gott alles geschaffen hat und wie er die Dinge sieht und wie er die Dinge meint. Und dann sagt ihr, da steht es doch, von Anfang an als Mann und Frau geschaffen. Das ist die Realität. Gott hat den Menschen als Mann und Frau geschaffen. Mann, Frau. Mann, Frau. Jetzt sagen natürlich einige, ja aber es gibt doch die Diversen. Diese 0,0001 Prozent. Die mit keinen eindeutigen Geschlechtsmerkmalen auf die Welt kommen. Ja, das gibt es, natürlich gibt es das. Aber es ist natürlich für jeden eindeutig und für jeden klar, dass das eine Abweichung ist von dem, was Gott eigentlich ursprünglich geschaffen hat. Gottes Wort sagt uns ganz klar, dass die Schöpfung am Anfang sehr gut war und da hat er den Menschen als einen Mann und eine Frau geschaffen. Keinen diversen. Dass es aber durch den Sündenfall Krankheit und Tod in diese Welt hineinkommt. Und dass dadurch auch das Erbgut der Menschen geschädigt wurde und dadurch viele, viele verschiedene Dinge zutage treten in dieser Welt, die nicht dem ursprünglichen Plan Gottes entsprechen. Bedeutet ja nicht, dass das nicht wahr ist. Das ist der Ursprung. Und klar, Menschen, die so auf die Welt kommen, die haben ein großes Leiden. Das ist eine sehr schwere und große Herausforderung, damit umzugehen. In der Liebe Gottes müssen wir solche Menschen auffangen, begleiten, segnen, für sie da sein und in der Weisheit Gottes einen Weg finden, damit richtig umzugehen. Aber damit schmeißen wir nicht die ganze Wahrheit des Wortes Gottes über den Haufen, die nämlich besagt, die Menschen wurden von Gott am Anfang als Mann und Frau geschaffen. Und zwar ein Mann und eine Frau. Und er sprach, darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und es werden die zwei ein Fleisch sein. Was soll dieses darum, dass es am Ende von Kapitel 2, als Gott Adam die Frau gegeben hat und er sie in Empfang genommen hat und begeistert darüber war, dass sie ja so ist wie er und doch wieder ganz anders. Und Gott fügte diese beiden zusammen und sprach darüber dieses Wort. Es wird auch in Zukunft so sein. Die Menschen werden, sollen fruchtbar sein, sich vermehren, dann werden Kinder heranwachsen und dann wird ein Mann Vater und Mutter verlassen, um seiner Frau anzuhaften, mit ihr einen Klebebund einzugehen, wo sie aneinander kleben und ein Fleisch sind. Das ist Gottes Wort über die menschliche Beziehung, die Familienbeziehung. Und sie endet an einem bestimmten Punkt. Ein Kind wird irgendwann nicht mehr zu Hause bei seinen Eltern sein. Es wird sich nicht mehr zuallererst und vor allen Dingen als Kind seiner Eltern definieren, sondern es kommt der Tag, wo eine neue Familie entsteht. Ein neues Ehepaar entsteht. Mann und Frau. Und dann sagt Jesus erklärend, nachdem er diesen Vers zitiert hat, so dass sie nicht mehr zwei sind, sondern ein Fleisch. Es ist diese Einheit. Das habe ich auch schon mal in Bezug auf Vater und Mutter gesagt. Das ist das Bild Gottes. Mann und Frau in Liebe vereint als Bild der Dreieinigkeit. In und mit Gott vereint zu einem Bild der Dreieinigkeit. Ein Ebenbild Gottes. Männlich, weiblich. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Und das ist ein krasser weiterer Vers, der sozusagen nochmal vertiefend das ausdrückt, was in diesem Vers schon angelegt ist. Jesus sagt, in diesem Akt, dass diese zwei Menschen aneinander haften und ein Fleisch werden, hat Gott sie zusammengefügt. Es ist Gottes Wirken, dass eine Ehe geschlossen wird. Es ist Gottes Handeln. Und weil es Gottes Handeln ist, darf ein Mensch das nicht wieder auflösen. So wie Gott das Leben gegeben hat und Gott sagt, du sollst nicht töten. Warum nicht? Weil ihm allein es gebührt, das Leben eines Menschen zu beenden. Er hat die Vollmacht dazu. Wir Menschen haben es nicht. Wir können es uns, es ist Anmaßung, wenn wir sagen, ich kann dem anderen das Leben nehmen. Nein, kann ich nicht, weil ich habe es ihm nicht gegeben. Dann darf es ihm auch nicht wegnehmen. Es ist Gottes Gabe an ihn. Nur Gott darf es ihm auch wieder nehmen. So ist es auch in der Ehe. Gott hat zwei Menschen zusammengefügt, ein Mann und eine Frau. Sie zusammenhaften lassen, sodass sie jetzt eins sind. Und das ist eine Aussage, die deinen Zustand beschreibt. Sie sind ein Fleisch. Sie sind nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Das ist interessant, weil wenn man die Verse im Urtext im Hebräischen betrachtet, dann steckt da drin durchaus etwas Prozesshaftes. Sie werden zu einem Fleisch werden. Und beides ist wahr. Das eine ist, in Gottes Augen ist eine Ehe, wenn sie geschlossen wird, schon vollständig. Diese beiden sind verheiratet. Das kannst du auch, sag ich mal, übertragen. Es ist wie ein Rechtszustand. Wenn du verheiratet bist und du füllst ein Formular von der Stadt aus oder so und da steht dann Familienstand, dann kreuzt du an verheiratet. Du bist verheiratet vom ersten Tag deiner Ehe bis zum letzten Tag. Das ist dein Stand. Ihr seid eins in Gottes Augen. So sagt Jesus das geistlich. In Gottes Augen seid ihr ein Fleisch. Ihr gehört zusammen. Ihr seid ein Ehepaar. Aber wir sind natürlich, wenn wir eine Ehe beginnen, noch lange nicht eins. Da gibt es noch eine Menge zu lernen in der Art und Weise, wie wir Einheit ausleben im Alltag, Tag für Tag. Das ist eine große Herausforderung, das einzuüben, dass sich das materialisiert, dass das zur Wirklichkeit wird. Etwas, was für uns erfahrbar und für andere sichtbar ist, dass wir eins sind und nicht zwei verschiedene individuelle Personen nur noch, sondern dass wir wirklich eins sind. Und das ist dann eher dieser Prozess. Aber in diesem Prozess steht die Aussage Gottes, ihr seid es schon. Ihr seid zusammengefügt von Gott. Jetzt ist das so eine Sache mit dem Heiraten. Also ich weiß es nicht. Es gibt ein paar Verheiratete hier unter uns. Einige, die es nicht sind. Einige, die es waren. Wie macht Gott das, wenn er ein Ehepaar zusammenfügt? Wie passiert das denn? Ist es nicht doch vielmehr unser Handeln? Machen wir das nicht eigentlich? Wisst ihr, es ist wie mit dem Leben. Ich bin felsenfest davon überzeugt, aus der Bibel ist es klar ersichtlich. David sagt es, Gott hat mich gewoben in dem Bauch meiner Mutter. Aber gut, mein Vater und meine Mutter, sie mussten zusammen schlafen und die Vereinigung hat dann Frucht gebracht. Ist es nicht vollständig das Werk meiner Eltern? Nee, überhaupt nicht. Also sie haben zwar sich ordentlich lieb gehabt und haben die Zeit miteinander hoffentlich genossen, aber dass sie sich jetzt gedacht haben, also wir fabrizieren jetzt mal ein Kind und wir fügen jetzt mal so die Samenzelle und die Eizelle zusammen und daraus entsteht jetzt und daraus bauen wir dann keine Ahnung. Das soll nicht unser Wirken, unser Wirken, unser Werk. Mit der Ehe ist es auch so. Gott fügt zusammen. Klar, wir treffen unsere Lebensentscheidungen, aber im besten Falle, sag ich es mal so, im besten Falle sollten wir uns von Gott hineinleiten lassen in eine Ehe. Sollten wir uns von Gott führen lassen. Und er führt uns, wisst ihr, dadurch, dass wir schon in einer bestimmten Zeit geboren sind. Wisst ihr, ich hätte nie eine Frau kennenlernen können, die 1850 geboren ist, meinetwegen in Sydney, Australien, die hätte ich nie kennenlernen können und heiraten können. Also es gibt immer nur einen bestimmten Pool von Frauen, die ich überhaupt hätte kennenlernen können, um sie dann zu heiraten. Und da wählt Gott schon aus. Und dann, in welche Lebensvollzüge hat er mich denn hineingestellt? In welche Lebensvollzüge hat er mich hineingebracht? Und so ist das gar nicht so, dass ich mir meine Frau aussuche. Ich meine, in anderen Kulturen ist es sowieso nicht so. Da wird einem dann die Frau zugeteilt. Oder der Mann wird einem zugeteilt. Aber selbst da, wo ich in einer sehr liberalen Welt lebe, ja, da ist das, wie gesagt, so viele, die das bestätigen können. Das ist nicht so einfach. Man kann sich nicht einfach irgendeine Frau nehmen, die man gerne hätte oder einen Mann, den man gerne hätte. Es funktioniert nicht einfach so. Und wenn es dann aber doch geschieht, wenn es doch gelingt, wenn es zu einer Eheschließung kommt, es ist irgendwie ein Wunder Gottes. Er hat es zusammengefügt und er stellt sich zu jeder Ehe. Und ich bin mir sicher, dass Gott seinen Plan damit hat, bei jedem von uns. Ich denke, Gott hat die Ehe eingesetzt als etwas, das tatsächlich eine Sache ist zwischen einem Mann und einer Frau, innerhalb aber des Menschengeschlechtes. Das heißt, es gibt eine bestimmte Rechtsform innerhalb der Menschheit oder innerhalb der Kulturen, in der Ehe gelebt wird. Das Zusammensein von Mann und Frau. Das kann aber sehr unterschiedlich aussehen. Wie gesagt, die Kulturen entwickeln sich und nicht immer unter göttlichem Einfluss, sondern eher unter dem Einfluss der Sünde. Und das bedeutet, dass nicht jede Art und Weise, wie in Kulturen Ehe praktiziert wird, auch im Sinne und im Willen Gottes ist. Das sehen wir alleine schon im Alten Testament. Dass nämlich Gott es zugelassen hat, es hinnimmt, dass es auch Polygamie gibt. Er hat da eigentlich nicht so viel drüber gesagt. Er hat das mehr oder weniger akzeptiert. Aber in Jesus macht er uns deutlich, auch im Neuen Testament, dass das Ideal nicht die Polygamie ist, sondern die Ein-Ehe, ein Mann und eine Frau. Und das ist eigentlich schon im Anfang angelegt, dadurch, dass Gott einen Mann und eine Frau geschaffen hat. Insofern können wir etwas über Gottes Willen erfahren und das, wie er Ehe sieht, über die Kultur, in der wir leben, hinaus. Das eine ist, dass wir uns einfügen mit der Ehe, wie wir sie praktizieren, in unsere Kultur. Das andere ist aber da, wo unsere Kultur nicht mehr dem Willen Gottes entspricht oder so krass gegen den Willen Gottes sich stellt, dass wir das einfach nicht mitmachen können. Da müssen wir ein Stück weit uns auf das zurückziehen und zurückbesinnen, was Gott über die Ehe sagt. Und das ist ganz wichtig im Zusammenhang mit dem, was wir in Deutschland die Ehe für alle nennen. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass Gott sich nicht zu jeder Ehe, die vor dem Gesetz geschlossen wird, stellt. Er stellt sich aber zu jeder Ehe, die zwischen einem Mann und einer Frau geschlossen wird. Weil das schöpfungsgemäß ist. Eine Lebensgemeinschaft, die gerichtet ist auf ein Leben miteinander, auf Dauer, die dann auch die Grundlage für Kinder ist, so wie es eigentlich in unserem Grundgesetz vorsieht. Das ist der Rahmen, der dem, was Gott uns über die Ehe sagt, doch sehr ähnlich ist. Und Gott stellt sich da zu jeder Ehe, sei sie nun im Glauben geschlossen, durch Gott geführt oder nicht. Und Gott sagt, wenn wir auf unseren sündigen Wegen gehen und wir sagen, ich will diese Frau aber heiraten, auch wenn du das nicht willst, Gott, ist mir egal, ich mache das jetzt, ich ziehe das durch, dann sagt Gott, okay, soll es deinen Willen haben. Dann heirate jetzt diese Frau. Und dann bist du jetzt mit ihr verheiratet. Du musst aber die Konsequenzen tragen, bis dass der Tod euch scheidet. Das ist nämlich die Ehe. Wenn das natürlich ein Mensch ist, der sich um Gottes Willen sowieso nicht schert, dann wird es ihm auch egal sein, dann sich von seiner Frau scheiden zu lassen und dann eine neue zu heiraten. Aber wenn wir Kinder Gottes sind, dann fragen wir nach dem Willen Gottes. Und dann heißt es für uns, Gott will uns zusammenfügen. Gott ist derjenige, der eine Ehe stiftet. Und als Kinder Gottes sage ich doch, oh Herr, dann möchte ich doch gerne, dass du mir auf diesem Weg hilfst, dass ich in die Ehe hineinkomme, die du für mich vorgesehen hast. Ich möchte nicht an deinem Willen vorbei in eine Ehe gehen, sondern ich will in und mit deinem Willen in diese Ehe hineingehen. Und unter der Lehre auch, die du für diese Ehe hast. Und die Lehre bedeutet erstmal, wenn du diese Entscheidung triffst, dann triffst du sie für dein ganzes Leben. Nur die eine Frau und keine andere. Warum denn? Weil es Gottes Wesen und Charakter entspricht. Er ist der treue Gott. Er ist ein eifersüchtiger Gott. Er sagt, keine anderen Götter neben mir. Ich bin dein Gott, du bist mein Volk. Nichts anderes. So spiegelt unsere Ehe das wieder. So hat es Gott am Anfang geschaffen. Und lass uns doch mal jetzt hier schnell in Epheser gehen. Ich hoffe, ich schaffe das alles. Epheser 5. Es gibt da so viel zu sagen. Epheser 5. Vers 31. Zitiert Paulus, wenn er über die Ehe spricht, auch diesen Vers aus 1. Mose 2. Deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Und jetzt kommt der Hammer. Paulus sagt durch den Heiligen Geist, die Ehe ist ein Bild, ein Vorbild. An anderer Stelle, es wird auch Typus gesagt. Etwas, eine eine Präfiguration. Eine An anderer Stelle spricht er von dem Schatten und dem Körper. Etwas, was du sozusagen schon erfahren und sehen kannst, ist, was sich aber erst in höherer Weise, in geistlicher Weise, in Christus erfüllt. Und in Christus erfüllt sich jede Ehe. Jede Ehe auf dieser Erde ist dazu bestimmt oder hat Gott dafür eigentlich vorgesehen, dass sie ein Schatten, ein Bild von dem gibt, was Gott vorhat mit Christus und der Gemeinde. Was schon angefangen hat, was sich aber noch vollständig zeigen wird, wenn Jesus wiederkommt. Das heißt also, dieses Einfleischsein, Christus und die Gemeinde. Er sagt es in Bezug auf den einzelnen Gläubigen. In 1. Korinther 6 sagt er, die dem Herrn anhängen, sind ein Geist mit ihm. Und wir zusammen als diejenigen, die ein Geist mit dem Herrn sind, wir sind zusammen eins mit dem Herrn. So hat Gott die Ehe geschaffen. So ist aber auch die Beziehung zwischen Gott und Israel auch ein Vorläufer, ein Schatten auf Christus und die Gemeinde. Diese Vereinigung von Mann und Frau erfüllt sich in vollkommener Weise in Christus und der Gemeinde, die nicht mehr nur noch aus den Juden besteht, sondern aus allen Menschen, die durch Christus erlöst worden sind und die ihm glauben und ihm vertrauen. Und Gott sagt, diese Ehe soll nicht gebrochen werden. Keine anderen Götter neben mir. Deswegen soll auch das Bild dazu stimmen. Wie gesagt, und es fängt damit an, dass es für uns gegenseitig ein Zeugnis ist. Wenn wir einander lieben und einander treu sind, das heißt das, was Gottes Wesen ist, widerspiegeln in unserer Ehebeziehung. Wenn wir einander dienen, als Männer, wenn wir, wie Christus die Gemeinde geliebt hat, wir unsere Frauen lieben, dann erfüllen wir diesen Auftrag, den wir in unserer Ehe haben, nämlich das wiederzuspiegeln, diese Wahrheit wiederzuspiegeln, diese geistliche Realität wiederzuspiegeln. Christus und die Gemeinde, ein Fleisch. Keine anderen Götter neben ihm. Wenn ich meiner Frau diene, mich ihr hingebe, dann sie liebe, dann wird Christus sichtbar. Für meine Frau zuallererst wird Christus sichtbar. In meinem Leben, in unserer Beziehung wird Christus sichtbar. Sie wird gestärkt und ermutigt dadurch. In ihrer Hingabe werde ich gesegnet und gestärkt und ermutigt. Aber darüber hinaus, alle Menschen, die uns sehen von außen, wir sind ein Zeugnis für Christus in dieser Welt. Angefangen mit unseren eigenen Kindern. Sie schauen auf zu uns. Sie schauen das Bild an. Und möge dieses Bild ein überzeugendes Bild sein. Ein Bild, wo Christus deutlich sichtbar ist, wo sein Licht hindurch strahlt. Die Liebe des Christus, die Liebe der Gemeinde zu Christus, dass das sichtbar wird in unserer Ehebeziehung. Ich möchte jetzt auf dieses Gebot eingehen. Du sollst nicht die Ehe brechen. Matthäus 5 Jesus geht darauf näher ein. Matthäus 5, Vers 27 In der Bergpredigt geht Jesus auf einzelne Gebote ein und hier auch ganz besonders auf diese beiden. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht Ehe brechen. Und in Vers 27 sagt er, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat in seinem Herzen. Was bedeutet das? Jesus sagt, wenn er hier sagt, ich aber sage euch nicht, das gilt nicht mehr. Nein, es gilt weiterhin. Dieses Gebot ist Offenbarung Gottes. Nein, sein ich aber sage euch bezieht sich auf all das, was da in diese Richtung gelehrt wurde, nämlich, dass Ehebruch nur heißt, dass ich tatsächlich mit einer Frau, anderen Frau im Bett gelegen habe und wir fleischlich eins geworden sind. Das ist dann Ehebruch. Alles andere ist noch gar kein Ehebruch. Wisst ihr, darüber haben die Pharisäer und Schriftgelehrten unheimlich viel diskutiert. Zu wissen, was bedeutet, was ist der Wille Gottes denn jetzt wirklich? Wo ist denn die Grenze? Was darf man noch? Was darf man nicht? Immer diese alte Frage. Bewegt uns Christen ja auch immer. Was darf man noch? Was darf man? Für Jesus geht es immer darum, was ist das Zentrum des Willen Gottes? Was ist der Geist des Wortes? Was ist der Geist der Schrift? Worum geht es Gott denn hier? Nicht darum, welche Grenze kann ich noch austarieren, um das Gebot nicht zu brechen, sondern Jesus sagt, es fängt schon damit an, wenn du mit Begierde einer anderen Frau hinterher schaust. Da hast du schon die Ehe gebrochen in deinem Herzen. Und da fügt er natürlich diese zwei Gebote zusammen. Du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht begehren deines nächsten Frau. Die stehen ja eng miteinander zusammen. Das letzte Gebot, das uns zeigt, das Böse kommt aus dem Herzen, so hat Jesus das auch gesagt. Die Verunreinigung kommt nicht von außen, sondern sie kommt von innen. Und natürlich kann eine Frau durch ein aufreizendes äußeres Erscheinungsbild einen Mann dazu anstacheln, die Begierde anstacheln, aber dass er darauf eingeht, das ist die Entscheidung seines Herzens. Deswegen sagt Jesus nicht, also bitteschön, weil das so ist, wenn jemand eine Frau ansieht, sie zu begegnen, schon Ehebruch mit ihr begangen hat in seinem Herzen, dann mögen doch bitte alle Frauen verschleiert rumrennen. Damit die Männer nicht dazu verführt werden, auf die Frauen begehrlich zu schauen. Nein, Jesus sagt was anderes. Er sagt zu den Männern, wenn aber dein rechtes Auge dir Anstoß zur Sünde gibt, so reiß es aus und wirf es von dir, denn es ist dir besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn deine rechte Hand dir Anstoß zur Sünde gibt, so hau sie ab und wirf sie von dir, denn es ist dir besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Das ist natürlich Bildrede, weil sonst würde ich hier ohne Hände und ohne Augen sein. Die Bildrede sagt aber Folgendes, wenn in dir es anfängt, das Auge fremdgesteuert zu sein oder begierdegesteuert zu sein, dann nimm einen radikalen Schnitt vor. Lass es nicht zu, dass der Blick sich entwickeln kann und wenn es tatsächlich so weit gekommen ist, dass du schon die Hand ausstreckst, dann schneide zumindest dann die Hand ab. Lass es nicht dazu kommen, dass das Realität wird, dass die Begierde sich entfalten kann, denn wenn die Begierde gebiert, dann gebiert sie die Sünde und wenn die Sünde vollendet ist, dann gebiert sie den Tod, so sagt Jakobus uns das. Und dass Jesus uns sagt, dass das Schauen mit Begierde schon der Ehebruch ist, heißt nicht, dass der vollzogene Ehebruch nicht schlimmer ist, als nur der Blick. Der Blick ist natürlich nicht so schlimm, wie der vollzogene Ehebruch. Dennoch ist es vollkommen Sünde vor Gott. Dennoch sind wir dadurch zu Ehebrechern und ich glaube mit Bestimmtheit zu sagen, irgendwer, der da was gegen hat, kann ja zu mir kommen und das nochmal sagen hinterher, aber ich glaube mit Bestimmtheit, dass wir hier alle untereinander Ehebrecher sind. Wenn wir das ernst nehmen, was Jesus hier sagt. Da kann sich keiner ausnehmen. Aber Gott will uns helfen, Jesus will uns helfen und er sagt, sei radikal. Damit musst du radikal sein, mit der Begierde musst du radikal sein. Die darfst du nicht entschuldigen, die darfst du nicht pflegen. Du darfst nicht einfach deine Begierde so pflegen bis zu einer gewissen Grenze. Ja, bis hierhin kann ich es noch genießen, schöne Frauen anzuschauen. Aber dann wird es irgendwann, nein, sobald Begierde im Spiel ist und als Kind Gottes hast du durch den Heiligen Geist eigentlich ein gutes Gespür dafür, wo die Sünde anfängt. Da sei radikal, hau es ab, schneide das ab, pflege es nicht. Vers 31. Es ist aber gesagt, wer seine Frau entlassen will, gebe ihr einen Scheidebrief. Ich aber sage euch, jeder, der seine Frau entlassen wird, außer aufgrund von Hurerei, macht, dass mit ihr Ehebruch begangen wird und wer eine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Und da ist Jesus auch wieder krass. Er macht uns deutlich, die Ehe ist nicht etwas, was wir Menschen in der Hand haben. Wenn wir sagen, naja, es gibt halt Ehescheidung, das ist ja auch in unserem Rechtssystem so, Ehescheidung ist Ehescheidung, gut, dann lasse ich mich scheiden, bin geschieden, dann kann ich doch jemand Neues heiraten. Aber Gott sagt, nein, in meinen Augen ist die Ehe nicht geschieden. Du denkst zwar, dass du rechtmäßig geschieden bist und rechtmäßig neu verheiratet bist, aber in meinen Augen ist deine Ehe nicht rechtmäßig geschieden und zweitens, die Ehe, die du jetzt führst, das ist Ehebruch. Krasse Geschichte. Gott beurteilt unser Leben anders, als das, wie wir das beurteilen. Er beurteilt sie nicht mit menschlichen Maßstäben. Und wir müssen uns dem fügen und sagen, okay Gott, du hast recht. Dass Jesus hier sagt, außer aufgrund Hurerei, macht deutlich, dass es Scheidung tatsächlich gibt, die auch vor Gott als solche anerkannt wird. Und zwar, wenn einer der Ehepartner tatsächlich die Ehe gebrochen hat. Dann steht es dem Mann oder der Frau tatsächlich frei, diesen Schritt zu gehen und zu sagen, ich kann auf dieser Grundlage nicht mehr die Ehe weiterführen. Wir, die wir ein Fleisch waren, du hast dich mit einem anderen oder einem anderen oder einer anderen eins gemacht. Wie soll jetzt unsere Einheit bestehen? Und da sagt Jesus, in solchen Situationen gibt es das. Ist es möglich? Ist es für Gott verständlich? Wisst ihr, wir haben oft so viel Verständnis für Menschen, die unglücklich verheiratet sind und sich dann nach Ehescheidung sehen und sagen, ist es nicht möglich? Er ist doch so schlimm oder sie ist so furchtbar und das Leben ist so furchtbar und Gott will doch nicht, dass ich unglücklich bin. Die Ausnahmen, die Gott macht, sind sehr, sehr klein. Wenn tatsächlich Ehebruch vorhanden ist. Und ich würde sogar so weit gehen, dem Sinne, dem Geist der Schrift entspricht es eigentlich, es so auszulegen, dass Gott immer will, dass wir als seine Kinder Sünde auch vergeben, bis dahin, dass ein Mann seiner Frau ihren Ehebruch vergibt oder eine Frau ihrem Mann den Ehebruch vergibt. Aber das, dass Menschen dann, wenn sie fortlaufend im Ehebruch leben, wenn sie die Ehe verlassen und mit einer anderen Frau zusammen leben, dass dann Ordnung geschaffen wird und dass dann Scheidung auch vollzogen wird, damit die Ordnung wieder hergestellt, das ist Gottes Herz, Gottes Sinn. Die zweite Ausnahme für Scheidung finden wir dann in 1. Korinther 7, da will ich jetzt nicht darauf eingehen, da geht es um Unglaube. ein Mann oder eine Frau, die nicht gläubig ist, ein Ehepartner, der sich bekehrt hat oder der auch in Sünde einen ungläubigen Ehepartner geheiratet hat, denn das ist Sünde vor Gott. Dann aber diese Sünde bekennt, umkehrt davon, Buße tut darüber, Vergebung empfängt von Jesus. Jesus sagt, diese Ehe bleibt trotzdem bestehen. Wenn dann der ungläubige Partner sich scheiden lassen will, okay, lass ihn gehen. Also, es gibt sehr kleine, wenige Ausnahmen, nur warum Gott überhaupt Scheidung zulässt. Weil für ihn der Ehebund genau das ist, ein Bild seiner treuen Liebe zu uns und seinem Wunsch, dass unsere Liebe auch so treu sein möge zu ihm. Und trotzdem kennt Gott uns, er kennt unsere Schwächen, er kennt unsere Fehler, er weiß, wie schwach wir sind, wie schnell wir fallen und wie schnell wir in die Untreue fallen. Und deswegen, Gott ist es ein Lichtes am Herzen, uns durch die Kraft des Geistes zu treuen Menschen zu machen, die treu sind ihrem Gott gegenüber und dadurch auch treu ihrem Ehepartner gegenüber. Bevor wir ins Abendmahl gehen, lass uns noch einmal die Geschichte in Johannes 8 aufschlagen. Johannes 8, Vers 2 Frühmorgens aber kam Jesus wieder in den Tempel und alles Volk kam zu ihm und er setzte sich und lehrte sie. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer aber bringen eine Frau, die beim Ehebruch ergriffen worden war und stellten sie in die Mitte und sagten zu ihm, Lehrer, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. In dem Gesetz aber hatte uns Mose geboten, solche zu steinigen. Du nun, was sagst du? Wieder dieses sehr männergeprägte Bild, im Gesetz des Mose steht etwas anderes. Da steht der Mann und die Frau müssen gesteinigt werden. Hier hört es sich so an, als ob es nur die Frau beziehungsweise Frauen schlechthin, die Ehebruch begangen haben, sind, die gesteinigt werden sollen. Dies sagten sie aber, um ihn zu versuchen, damit sie etwas hätten, um ihn anzuklagen. Sie kannten Jesus schon so weit, dass sie wussten, Jesus wird es nicht darauf ankommen lassen. Er wird diese Frau irgendwie zu retten versuchen. Er ist ja so menschenfreundlich. Er ist ja so gnädig mit den Sündern und Zöllnern. Aber hier ist der Fall ja klar und das Gesetz sagt steinigen und fertig. Und wenn du dich dagegen stellst, Jesus dann sagt Jesus sagt Jesus haben wir dich Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie aber fortfuhren ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen, wer von euch ohne Sünde ist, werfe als erster einen Stein auf sie. Und wieder bückte er sich nieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber dies hörten, gingen sie einer nach dem anderen hinaus, angefangen von den Älteren und er wurde allein gelassen mit der Frau, die in der Mitte stand. Jesus aber richtete sich auf und sprach zu ihr Frau, wo sind sie? Hat niemand dich verurteilt? Sie aber sprachen niemand Herr. Jesus aber sprach zu ihr, auch ich verurteile dich nicht, geh hin und sündige von jetzt an nicht mehr. Die Frau hat gesündigt. Sie hat dem Willen Gottes nicht entsprochen. Sie hat sich hinreißen lassen von ihrer Begierde. Was auch immer sie getrieben hat, wir wissen es nicht. Vielleicht die Enttäuschung über ihren eigenen Mann, der liebe, nette, freundliche Nachbar oder der herzensgute Mann aus der Gemeinde und sie ist in Sünde gefallen und sie kann es nicht leugnen. Sie leugnet es auch nicht. Was macht Jesus aber? Er konfrontiert uns alle. Wir alle sind Sünder. Wir können nicht mit den Fingern zeigen auf den Ehebrecher. Und wenn ein Ehebrecher oder eine Ehebrecherin offenbar wird in unserer Mitte, denn das sind die Dinge, die wir sehr, sehr gerne und sehr, sehr, mit sehr viel Energie geheim halten, weil es Scham und Schande bedeutet. Aber wenn einer überführt ist und die Dinge offenbar geworden sind, dann ist unsere Aufgabe nicht mit Steinen zu schmeißen, sondern mit Jesus einem Menschen zu sagen, ich verurteile dich auch nicht. Er ist der Herr. Er hätte verurteilen können. Er hätte töten können. Ja, in seiner Gewalt steht Leben und Tod. Und nach dem Gesetz, was Gott durch Mose gegeben hat, gebührt einem solchen Menschen der Tod. Aber Jesus hat gnädigerweise darauf verzichtet. Er hat Gnade vor Recht ergehen lassen. Auch ich verurteile dich nicht. Er sagt zu ihr, aber geh hin und sündige von jetzt an nicht mehr. Was heißt das für sie? Zurückkehren zu ihrem Mann seine Vergebung und Gnade suchen? Wenn er sie aufnimmt und vergibt, dann ihm treu zur Seite zu stehen und sich nicht mehr von der Begierde treiben zu lassen, wegtreiben zu lassen, sondern vielmehr alle Kraft und Energie hinein zu setzen. Diese Ehe, die vielleicht ganz schlecht ist, die total verfahren ist, dennoch das Beste hinein zu geben, was Gott ihr geben kann. das Beste zu geben, was Gott ihr geben kann, auf das diese Ehe heilen möge. Auch ich verurteile dich nicht. Gott hat Vergebung für jeden Ehebrecher, für jeden, der es aktiv ausgeübt hat oder der es nur in seinen Gedanken getan hat. Und Gott hat die Kraft, sein Blut ist geflossen, das feiern wir jetzt, weil in seinem Blut uns alle Sünden vergeben wurden. Alle Sünden der Menschen können vergeben werden. Wenn wir das Blut Jesu annehmen, dann wird uns Vergebung zuteil. Wenn wir unsere Sünde bekennen, dann werden wir diese Heilung, diese Vergebung erfahren. Und ich kann euch alle nur ermutigen, wenn ihr mit Sünden Not habt, dann kommt ins Licht damit. Kommt ins Licht Gottes, bekennt Gott die Sünde, aber Jakobus sagt auch, bekennt einander nun die Sünden und betet füreinander, dass ihr geheilt werdet. Es ist total wichtig, weil der Teufel uns in der Hand hat. Wenn wir in der Sünde leben, dann unterdrückt er, dann macht er uns fertig, bedrängt uns, lässt uns zappeln. Wenn wir aber ins Licht treten und das Blut Jesu uns reinigt von der Sünde, dann hat der Teufel keinen Zugriff mehr auf uns. Wir müssen nicht alle Sünden vor allen Menschen irgendwie laut bekennen, aber das sollten wir tun, sie Gott bekennen und dann einen Bruder, einer Schwester, um die Dinge ins Licht zu bringen. Und dann wird Gott weiterarbeiten und uns vielleicht dazu bringen, dass wir tatsächlich sogar vor der ganzen Gemeinde bekennen, weil wir erkennen, dass das notwendig ist. So lasst uns jetzt das Abendmahl nehmen, in Erinnerung an das, was unser Herr Jesus getan hat. Er ist uns gnädig gewesen, uns Ehebrechern. Amen.